Am Samstag trainierte der Sylter Feuerwehrnachwuchs den Ernstfall. Die Jugendfeuerwehren der Insel waren zu einer Großübung angetreten. Retten, Bergen, Löschen hieß es für die Mädels und Jungs. Das Szenario in der ehemaligen Lister Grundschule war ein Feuer ausgebrochen. Menschen mussten gefunden und gerettet und der Brand gelöscht werden. Musik 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 Ja, sehr schön.